Jo, was geht? Wir sind heute bei der X-Diving Jam angekommen, 2021 hier in Riesa. Och ja! Heute stehen 10 Stunden, springen am Programm in der Hallenbad Halle. Wir tun jetzt gerade noch ein wenig Frühstück und uns ein bisschen vorbereiten. Mit guter Musik, guten Vibes, coolen Leuten wie den Dominik. Danke. Und dann anschließend wird's wieder zum Gym gehen, dort wird wieder geschlafen, so wie diese Nacht. Und hoffentlich wieder jede Menge Salters gemacht. Fertig, los guck, los guck, los guck, los guck, los guck, los guck, los guck! Ich will, ich will, ich will, ich will, ich will, ich will, ich will! Geht, ich will, ich will! Geht, ich will, ich will. Spend all my life holding all of it closely. Outplayed innocent, a feel of discontent, I'm finally facing it all, fearless. Fierce Ich bin hier und ich fühle mich, fühle mich. Exaggerated, das ist was du, ich sehe. Die Geschichte ist über, jetzt muss ich conclude. Ich bin conflicted, ich bin glücklich, ich bin glücklich. Ich bin still, hanging in the balance, not the life I want to live. I want to take it all, standing tall, fear I'm weight, the person you are. Freak out, I've got to see. Spend all my life holding all of it closely. I played it in a sense, a fear of discontent. I'm finally facing it all. Fearless. 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 I can chill. Nein! Du musst gleich vor, dass du auf die Presse klickst, wenn du dein Vergegst hast. Ich glaube, ein Triple A oder was? Oooooi! Der war auf was er klappen! Ja, die ist perfekt! Die Junge! Ja! Ja! Nein! Schmutz! Ja! 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des NDR Oh, oh, ey. Alter. Ui, scheiß die. Soll ich noch mal drauf? Hacke Hand. Also ihr habt gesehen, das ist nur mehr Blödsinn. Umso spät es wird, umso blöder wird es, oder Dario? Das Problem ist, wir sind alle noch halbwegs mischert. Stell euch vor, wir trinken gleich noch ein bisschen Bier. Stell euch vor, wir trinken ein bisschen Bier. Stell euch vor, wir trinken Bier. Dann machen wir das nackt. Und wir haben gerade... Oh Mann, oh Mann. Wir tun das vielleicht auch gerade. Wir sind hier in Riesa. Genau, Riesa. Das war der letzte Tag der Champ 2021 in Riesa. Es war ein wahnsinniges Erlebnis eigentlich. Die Jungs sind cool gewesen. Die Mädels natürlich auch. Sprünge gezogen worden. Unvorstellbar. Eigentlich so wie jedes Festival mit Springen. Es ist natürlich wieder dumm ausgegangen in der Gymhalle. Man hätte es sich denken können. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Das war's. Das war's. Das war's.